Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ecclesia und heute will ich euch den Erfolg Sieger und Champion näher bringen und zwar euch zeigen wie das funktioniert. Wie ihr hier sehen könnt, das ganze ist nicht ganz so leicht, ihr müsst zu dem Ballon-Turm gehen und da mit dem NPC reden, damit ihr wisst wo ein Event abgeht und dann kann entweder so ein Event da sein oder ein Champion Event oder ein Eskortierungsevent. Das heißt die Chance auf ein Champion Event zu kommen ist geringer, sag ich mal bei dem Erfolg den ich machen wollte und zwar dass ich alle Türme besichtige, bin ich ungefähr auf sieben Champions gestoßen, dabei braucht man für einen Erfolg nur fünf und zwei davon waren halt doppelt. Also das müsst ihr auch noch wissen, es kann passieren, dass ihr einen Champion häufiger trifft, den ihr schon hattet. Ihr müsst wirklich fünf unterschiedliche Champions antreffen und die besiegen. Ihr könnt sie alleine machen, wobei einige recht hart sein können, vor allem kommt es sehr stark auch auf die Zone drauf an, wo ihr seid und vor allem wie ihr spielt und was ihr spielt, wie auch so ziemlich alles im Spiel halt. Ihr seht hier drei Ränge gibt es. Erster Rang ein Champion besiegen, zweiter Rang drei Champions und dritter Rang dann fünf Champions. Hier haben wir diesen Champion. Wir werden ihn auch ein bisschen ausquetschen, die anderen werden wir dann nicht ausquetschen, weil die sollten eigentlich so ziemlich das gleiche an Infos uns geben. Hier wird erklärt, wie das halt mit den Festlichkeiten aussieht in Götterfels und wenn wir halt so einen Champion besiegen, dann kriegen wir ein Turnierticket, damit wir dann beim PvE Arena Turnier, beim Aufbietungsturnier dann mitmachen können. Dieser Gegner ist recht interessant. Wir sehen, weicht recht viel aus, macht zuerst am Anfang recht wenig Schaden. Der Schaden, der steigert sich dann, wie es ziemlich bei jedem Champion und ja, es ist recht interessant, vor allem diese Fähigkeit, die sie hat. Das finde ich auch so nett. Also wenn sie daneben trifft, dann stapelt sich dieser Buff, den sie hat. Natürlich haben wir hier auch andere Gegner, die in der Gegend rumhocken, die uns dann das Leben schwerer machen können oder teilweise auch leichter. Es kommt halt darauf an, wenn ihr zum Beispiel am Boden liegen würdet. Die Chance, dass ihr den Champion dann im Downstate quasi kaputt macht, also wenn ihr am Verbluten seid, ist eher geringer, als wenn ihr dann irgendeinen anderen Mob einfach umhaut. Also könnt ihr das auch ausnutzen, wenn ihr wollt. Manchmal bei einigen Türmen sind auch andere Veteranen da, die dann das Ganze noch unangenehmer machen können. Das werdet ihr auch noch im Video sehen, also nicht ganz so schön. Aber dieser Champion, der ist eigentlich nicht ganz so schwer. Müsst ihr einfach zusehen, bisschen heilen, vielleicht ein bisschen kiten und dann die zusätzliche Zeit dann nutzen, um sich zu heilen. Und das sollte eigentlich dann funktionieren. Soll wirklich nicht so schwer sein. Ihr seht, wir haben ein Ticket gekriegt. Man kriegt extra so eine Sonderlootbox, um das dann aufzumachen. Hier haben wir dann den Blitz Champion, der noch ätzender ist als der Wirbel Champion, finde ich, weil er teleportiert sich einfach weg. Und ich habe das Gefühl, je mehr Leute oder Gegner besser gesagt da sind, desto ätzender ist es, weil er meistens auf die Position eines anderen Spielers sich dann teleportiert, vor allem wenn dieser Spieler Fernkampf machen will. Und für jedes Mal, dass er sich teleportiert, steigert sein Schaden. Also müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Vielleicht, wenn ihr seht, er hat viele Stacks. Er Abstand nimmt zu ihm und wenn er weniger hat, rangehen. Weil ihr den Nahkampf betreiben wollt. Wenn ihr Fernkampf machen wollt, dann macht Fernkampf. Ist ja wahrscheinlich die leichteste Variante bei den meisten Sachen überhaupt in Guild Wars 2. Einfach Fernkampf machen. Aber auch als Nahkämpfer geht's. Ich bin hier halt in einer kleinen Gruppe gewesen. Wir haben zu zweit einfach ein paar Türmchen abgeklappert und Champions auch gemacht. Was eigentlich recht interessant war und lustig. Und das war's eigentlich. Also diese Champion, die haben meistens nur eine Fähigkeit. Beziehungsweise der Teleport, der hat auch diese Komponente des Mehrschahns noch mit drinnen. Ihr solltet zusehen, dass ihr auch schnell dann, falls ihr den Turmerfolg noch braucht, zu den Türmen zurückgeht. Weil manchmal sind die Champions recht weit weg von den Türmen. Weil die machen sich von den Türmen auf, zu ihrem Punkt, wo sie dann stehen und auf Herausforderer warten. Und dann wieder zurück. Und es kann sein, dass einfach dann das Event vorbei ist und ihr noch was anderes machen müsst, damit ihr rankommt. Der hier macht Combofelder, wie ihr auch lesen könnt. Und ist eher ein Fernkämpfer. Hat zwei Pistolen. Ist auch nicht besonders schwer. Ihr müsst auch nur zusehen, dass ihr zum Beispiel aus dem Feuer rausgeht. Und hier und da kann es sein, dass mal eine Falle da ist und hoch geht. Dann seid ihr kurz ein bisschen betäubt. Ihr könnt auch Stabilität nutzen. Vor allem für den nächsten Gegner, für den nächsten Champion werdet ihr auf jeden Fall Stabilität brauchen. Aber das ist eigentlich der flammende Pistolen Champion, wie ich ihn einfach nennen. Er ist wirklich nicht so schwer. Er ist wahrscheinlich der leichteste von allen. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass er für mich halt der leichteste war. Die anderen zwei davor, die waren ein bisschen schwerer. Aber nur ein bisschen. Nicht wirklich viel schwerer. Der hier, der ist um einiges schwerer. Weil er extrem ätzend ist. Stabilität kann wirklich sehr hilfreich sein bei ihm. Denn ihr werdet sehen, man wird herumgekickt. Man wird umgehauen. Man muss dann wieder aufstehen. Kann in der Zwischenzeit nichts machen. Und wenn man versucht, Fernkampf gegen ihn zu machen, dann sieht man auch, dass das nicht ganz so fruchtet. Denn er ist sehr schnell unterwegs. Das heißt, wenn ihr weiter weg sein solltet, dann kann er sehr schnell bei euch stehen und euch einfach ins Gesicht schlagen. Weil anscheinend ist es momentan in Mode, einen ins Gesicht zu kriegen. Ja. Der hat auch eigentlich zwei Sachen, könnte man sagen. Den Wirbel, den er macht, um zu jemandem hinzugehen. Und dann diese ganzen Umhauffertigkeiten. Sonst diese Champions, die haben nicht wirklich Komplexität. Die haben meistens ein bis zwei Sachen, die sie machen. Und ja, das ist es eigentlich. Sie haben recht viel HP. Vor allem, wenn man es alleine oder zu zweit machen will, kann es ein bisschen dauern. Aber es sollte im Großen und Ganzen funktionieren. Wenn nicht, dann sagt einfach im Chat Bescheid und Leute kommen dann sicherlich die da sind vorbei, weil sie dann wahrscheinlich auch den Erfolg noch brauchen und machen das einfach mit. Ja, sonst, also wie vorher schon gesagt, diese Champions, die wechseln sich ab. Also ihr habt die Chance bei jedem Turm, dass ihr bei den Events entweder eine Escort Mission kriegt oder ein Escort Event, ein Tötungsevent oder ein Champion Event. Und dann habt ihr bei einem Champion Event nochmal eine Chance 1 zu 6 oder nein 1 zu 5, dass ihr dann den Champion kriegt, den ihr braucht. Nicht ganz so toll, aber normalerweise, wenn ihr die Türme abklappern wollt, dann sollte sich das ausgehen. Hier haben wir den letzten und zwar Steinschild Champion. Der ist einfach nur nervig. Er haut euch auch häufiger um, blockt und ist eher zäh, aber wirklich schwer ist er auch nicht. Er ist einfach nur ätzend. Ja, das ist es eigentlich. Der Erfolg ist nicht ganz so schnell gemacht, aber sollte eigentlich gehen. Ich denke mal, je nachdem, was für ein Glück ihr habt, seid ihr wahrscheinlich in 1-2 Stunden fertig. Und sonst könnt ihr auch versuchen, euch einfach die Orte zu merken, wo die Champions gespawnt sind und dann besucht ihr die einfach wieder oder wartet auch. Ihr könnt dann im Turm rein theoretisch auch warten, denn die Events, die respawnen recht schnell. Ich glaube so ungefähr 1-2 Minuten, bis das nächste Event dann wieder anfängt. Was eigentlich recht toll ist. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt mir eure Fragen einfach in den Kommentarbereich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Guild Wars 2. Nachmittag. Tschüss. Ciao. 2 York ical abb Vielen Dank.